Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Um die Jahreslosung soll es heute gehen. Jesus Christus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Aus Lukas 6, 36. Die Jahreslosung ist eigentlich die Überschrift über einen Redenabschnitt Jesu, der danach kommt. Und deshalb lese ich auch diesen Abschnitt Lukas 6, die Phase 36 bis 38. Jesus spricht, seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Vergebt, so wird euch vergeben. Gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch auch zumessen. Danach kommen noch zwei Gleichnisse, zwei Beispielgeschichten, die die Aufforderung, nicht zu richten, um selbst nicht gerichtet zu werden, illustrieren. Ein Blinder kann kein Blindenführer sein und wir sollen nicht auf den Splitter im Auge unseres Bruders sehen, wenn wir selbst einen Balken im Auge haben. Und beide Gleichnisse haben die gleiche Richtung vor. In der Auslegung schaut auf euch selbst, bevor ihr andere belehren wollt. Und ich will die Jahreslosung in diesem Zusammenhang bedenken, denn wenn wir Barmherzigkeit in der Bibel umfassend bedenken wollten, dann würden wir ziemlich lange dran sitzen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Die größte Barmherzigkeit, die uns Gott jemals getan hat, ist, dass er uns Jesus geschenkt hat. Und ich denke da jetzt gar nicht an Kreuz und Auferstehung, sondern an sein Beispiel zu Lebzeiten. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Dadurch ist uns der große, ferne Gott sehr nahe gekommen. Greifbar, erkennbar. Wir haben sozusagen ein Muster, ein Beispiel, wie es gut ist, mit Menschen umzugehen im Sinne Gottes. Jesus, da können wir die Evangelien von vorn bis hinten durchgehen und werden immer wieder neue Entdeckungen machen. Da ist der liebe Jesus, der sich ganz fürsorglich um Menschen bemüht und auch der, der gar nicht immer lieb ist. Etwa wenn fromme Menschen, die mit ihrem ganzen Einsatz und wirklich von Herzen fromm sind, verachtend auf andere herabsehen. Dann konnte sein Urteil auch schon mal verachtend ausfallen. Er hatte immer erst den konkreten Menschen im Blick. Und so wurde die Ehebrecherin nicht gleich verurteilt, sondern er hat die Ankläger darauf hingewiesen, auf sich selbst zu sehen. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und so hat er auch den Zöllner nicht schäl angesehen, obwohl er ein Verbrecher war, sondern hat sich bei ihm eingeladen, was den dann völlig verändert hatte. Zwei Beispiele. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich könnte jetzt ganz viel darüber erzählen, wie wir bedürftigen Menschen auf der ganzen Welt helfen sollen, können, müssen. Wir, die wir auf der Sonnenseite dieser Erde leben. Zweifelsohne geht es auch bei uns nicht allen gleich gut. Barmherzigkeit ist die Grundlage dafür, dass die Hilfsorganisationen aller Art die Mittel haben, in armen Ländern, in Krisengebieten, bei Naturkatastrophen zu helfen. Und das ist gut und wichtig. Da hat die Malche in ihrer Geschichte an vielen Stellen sehr aktiv mitgewirkt von der Gründung an. Und sie tut es auch noch bis heute. Manchmal kommen wir aber auch an unsere Grenzen und dann müssen wir auswählen, welcher Institution, welchem Hilfswerk wir das geben, was wir geben können. Und wenn uns weitere auf dem Herzen liegen, dann begleiten wir sie mit unserem Gebet. Das ist die eine Seite der Barmherzigkeit, wo es darum geht, das unverdiente Geschenk, wenn es uns gut geht, zu teilen. Ich möchte aber gerne den Blick richten auf die Barmherzigkeit im ganz konkreten Umgang mit den Menschen, mit denen wir zusammenleben. Die Allernächsten. Bei uns sind da malche die Schwestern und Brüder, anderswo die Familie, die Nachbarn, die Arbeitskolleginnen und Kollegen. Was bedeutet hier barmherziger Umgang? Also erstmal denke ich, dass kaum einer von uns radikal unbarmherzig ist. Wir achten aufeinander, wir sorgen an vielen Stellen füreinander, helfen uns gegenseitig. Und es ist sehr viel Barmherzigkeit zu sehen und zu erleben, wenn wir darauf Obacht geben. Und die Corona-Pandemie hat noch einmal einiges zutage gebracht. Trotzdem menschelt es auch überall. Wie sollte es auch anders sein? Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Im griechischen Neuen Testament gibt es drei Worte, die wir im Deutschen mit Barmherzigkeit übersetzen. Das eine, das erste geht mehr in Richtung Mitleid. Das zweite ist Mitgefühl. Und das dritte ist die tätige Barmherzigkeit. Und das ist das Wort, das hier an dieser Stelle steht. Und wenn wir auf das deutsche Wort Barmherzigkeit sehen, dann ist es ein sehr schönes, altes Wort Barmherzigkeit. Und es stecken zwei Worte drin, das Erbarmen und das Herz. Und beide Worte sagen, dass das, was jemand tut, nicht aus Eigennutz geschieht, sondern zugunsten von anderen, aus innerstem Antrieb, von Herzen. Jesus macht das barmherzige Tun nach diesem Vers, der Jahreslosung geworden ist, noch konkret. Richtet nicht, so werdet ihr auch nicht gerichtet. Das ist ein Bedingungssatz. Wenn, dann. Und gerade fromme Menschen, die von Herzen fromm sind und das sehr richtig und gut meinen und sich anstrengen und mühen, das Gute zu tun, sind oftmals in der Gefahr, auf andere abfällig herabzusehen, denen das eben im Alltag nicht ganz so gelingt. Zum Beispiel für sie ist der Satz, richtet nicht, sonst seid ihr nicht besser. Oder vielleicht muss ich auch sagen, für uns. Im nächsten Satz ist Jesus noch etwas radikaler. Verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammt. Oder andersrum gesagt, scharfer gesagt, nur wenn ihr selbst niemanden verdammt, werdet ihr nicht verdammt. Jetzt denkt vielleicht manche, mache ich ja nicht. Ich verdamme keinen. Da ist dann wieder die Frage, wo die Grenze ist. Jemanden als hoffnungslos abstempeln, als gottlos oder gottverlassen, da sind wir wohl schon dicht dran. In der Gegend hier kannst du das vergessen, von Gott zu reden. Was Gottloseres gibt es nicht. Den Satz habe ich tatsächlich gehört über eine Region in Sachsen-Anhalt und in der Wortwahl etwas anders, im Inhalt aber genauso hier in Brandenburg. Bei der Jahreslosung geht es nicht nur um die Frage, was wir tun sollen, sondern auch, was unsere Motivation ist. Und sie steckt in dem Wort drin. Barmherzigkeit. Im Lexikon steht zu dem Wort, das Mitgefühl für das Leid anderer, vor allem fremder Menschen und daraus resultierende mildtätige Hilfe. In der Bibel ist das als Grundeigenschaft Gottes dargestellt. Und nach dem Neuen Testament ist es das wahre christliche Leben, auszeichnende Verhalten. So steht es übrigens im weltlichen Lexikon. Ich gehe barmherzig mit Menschen um, weil ich auch Barmherzigkeit erfahren habe. Und zwar von Gott. Das darf sicher nicht dazu führen, dass man uns maßlos ausnutzt. Also barmherzig sein und blöd sein ist ein Unterschied. Ich bin mir ganz sicher, dass ich selber schon ganz oft ausgenutzt wurde. Könnte ich auch konkrete Beispiele nennen. Aber das ist alles zu verkraften. Gebt, so wird euch gegeben. Steht auch im Lukas Evangelium. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was mache ich jetzt konkret mit dieser Jahreslosung als ersten Schritt? Ich möchte Sie zu einem kleinen Übungsweg einladen. Dafür gehen wir in den Nahbereich und sehen mal von der weltweiten Situation ab. Ich behaupte, dass sich die Fähigkeit zur Barmherzigkeit im Nahbereich erweist. Denken Sie mal bitte daran, welche Schwester, welcher Bruder, welches Familienmitglied, welcher Nachbar, welche Mitschülerin, welcher Arbeitskollege sie am meisten nervt. Bei wem verdrehen Sie schon innerlich die Augen? Jetzt erzählt die schon wieder das Gleiche. Jetzt kommt der wieder nicht zum Punkt. Jetzt steht hier schon wieder was rum, was er nicht weggeräumt hat. Warum muss ich denen immer alles nachräumen? Jetzt nimmt er mir schon wieder meine Aufgabe weg. Das mache ich doch immer. Jetzt poltern die durchs Treppenhaus. Wir haben doch Mittagszeit. Jetzt ruft die schon wieder an. Und so weiter. Nehmen Sie die Beispiele nicht zu wörtlich. In den Beziehungen gibt es sehr verschiedene Reibungspunkte. Denken Sie daran, mit welchen Menschen Sie so ihre Not haben. Und dann denken Sie mal, ob Sie anders daran gehen würden, wenn Sie das Vorzeichen Barmherzigkeit davorstellen. Versuchen Sie, das, was Ihnen gerade Unrecht ist, verquer kommt, zum Besten zu kehren, so wie es Martin Luther sagt. Ja, ich höre mir das jetzt das achte Mal an. Es ist ihr wichtig. Ich sage, was mich stört, aber ich sage es freundlich. Und zwischen freundlich und scheinheilig gibt es einen Unterschied. Ich halte das jetzt mal aus und ich werde sicher keinen Schaden dabei erleiden. Der Praxistest für die Barmherzigkeit ist der Alltag, der konkrete Umgang miteinander. Im Epheserbrief steht der Satz, ertragt einer den anderen in Liebe. Und ich habe schon oft gesagt, das ist die unterste Grenze des christlichen Beisammenseins. Wir müssen einander ertragen, also einfach aushalten, dass der oder die andere so ist, wie sie sind und dass sie auch geliebtes Kind Gottes sind. Unter das ertragen darf es nicht drunter gehen. Seid barmherzig, euer Vater ist es auch. Versucht euch mal deutlich zu machen, was er bei euch alles liebevoll, barmherzig betrachtet. Manches vielleicht mit gerunzelter Stirn, und manches mit belustigtem Augenzwinkern. Die Frage, wo Gott mit mir Barmherzigkeit üben muss und sicher auch will und es tut, die nimmt bitte jede und jeder mit in die persönliche Andacht, ins stille Kämmerlein. Und wenn uns das zur Barmherzigkeit an den anderen führt, dann kommen wir ans Ziel. Darüber immer wieder nachzudenken, das zu trainieren und zu üben, haben wir dieses ganze Jahr Zeit. Ich wünsche uns gutes Gelingen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft und weiter als unser Wissen und Begreifen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, in seiner vorgelebten Barmherzigkeit. Amen.